so leute diesmal habe ich das dritte und letzte pack aus dieser reihe dieser drei alten starter decks die ich noch gefunden habe ja ich finde ich da noch was finde oder mal irgendwie günstig an welche rankommen oder cool an welche rankommen werde ich die auf jeden fall mitnehmen für euch hey das ist jetzt erstmal vorerst für mich das letzte und ja wie schon gesagt ich bin ein golgari und orzo fan und auf diesem channel machen wir nur selesnia und is it auf ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher ob das daran liegt dass diese gilden unbeliebt sind oder ungeliebt wahrscheinlich eher und deshalb die überall an den regalen liegen geblieben sind und die anderen wurden aufgemacht oder ob ich einfach nur pech habe ich bin das mal jetzt aufzumachen ihr seid es für mich immer so ein ganz komisches rätsel gewesen ich weiß er gibt es eine ganze menge leute die farbkombination super toll finden für mich war immer so ein halber graus wunderschön hier wieder mit diesem profis symbol darauf zeigt wir sind profis wir machen das auf wir haben ein japaner ok masoki muriati kenne ich nicht kenne ich nicht tut mir leid ich weiß dass es da auch ein paar coole leute gab die ich auch tatsächlich gekannt habe als jetzt nicht persönlich aber ich kannte damals schon die namen das war für mich schon großartig was ganz besonderes so und dann gucken wir uns mal hier das sind etwas kleiner den gilden bund an da haben wir ley lines und waren die ersten ley lines drin ok spuk reproduktion und blutdurst weil hier immer nur drei gilden drin waren und dann gilden und die hintergrund geschichte oh mein gott cool und hier ist das deck wie spielt man das deck und die adresse von wizards so wir haben einen wald hübsch 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 ein wald oh der ist schon ein bisschen gecurt ok dann haben wir was das denn die karte ist kaputt die karte ist richtig kaputt die wurde nicht richtig gestanzt sieht man das hier das ist eine richtige ecke ist eine spitze ecke ich hoffe dass es nicht bei vielen sachen hier ist passiert naja das auf jeden fall eine kaputte insel 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 gebirge 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 und wir haben ein iset dampfwerk kommt getappt ins spiel wenn es ins spiel kommt immer muss man landzug auf die hand nehmen tappen für ein blaues oder ein rotes tappen haben wir zwei nifix horst des feuerhirns ja ein vorst des feuerhirns natürlich tappen für ein warbloses für vier manner tappen entfernt man die oberste karte seiner bibliothek aus dem spiel man kann diesen zug spielen falls eine hexa oder verzauberung äh hexa spontan zauber ist ok gelektrode oh mein gott drei manner 0 1 man kann spieler einen schaden oder kreatur einen schaden zu fügen immer wenn spontan zauber spielt kann man die enttappen unglaublich gute karte winzige dragonauten drei manner 1 3 fliegend immer wenn spontan zauber der extra rei spielt kriegt die plus zwei plus null bis zu meines zuges darf wahrscheinlich mehr ja und unsere erste rare ist tibur und lumia ok cool vier manner drei drei immer wenn man einen blauen zauber spielt kriegt eine kreatur flugfähigkeit bis zu meines zuges immer wenn man einen roten zauber spielt kriegen alle nicht fliegenden kreaturen ein damage war nicht schlecht ich sehe ich fünf manner 2 2 oder was für stets wenn ihr ins spiel kommt kann man instant oder hexterei karte aus dem friedhofzug auf die hand nehmen darf nur mit zwei standard krasses teil das mit arcane koppelung von mehreren karten hat so schnell zum insta gibt geführt das war eine geile zeit also für die anderen nicht für mich weil ich zu dem zeitpunkt absolut kein net decking hatte 2005 hatte ich kein internet also kein wirkliches internet nur so eine 650 kam oder geschisse und ich konnte nicht nachgucken deswegen haben mich alle leute mit platt gemacht und ich wusste nicht warum ja zwei manner zwei zwei für drei manner kopiert man spontan zur wahl mit umgewahl nur kostet von zwei oder weniger und man nimmt neue ziele dafür und für drei manner kann man hexterei kopieren damit hat man einen feier drei ins gesicht schaden genommen mit der keine kopplung und auf darauf gekoppelt dass man drei manner bekommt dann kann man den kopieren also mit der unteren fähigkeit fethydrodox okay vier manner drei drei das artwork vier manner drei drei seltsamkeit wenn der ziel vom zauberer fähigkeit wird wird der zug auf die hand genommen okay zwei stück zeichen der vertreibung großartige karte ein manner verzauberung bringe zu beginn des versorgungsgements die verzauberte kreatur und die drange angelegt ist und alle auch in zug auf die hand das heißt diese karte wurde immer wieder zug auf die hand gebauen aus der realität lösen zwei manner bringe eine kreatur deiner wahl die du kontrollierst und eine kreatur deiner wahl die du nicht kontrollierst die hand zurück okay bounce bell oh mein gott ausgenutzte zeit zwei manner spontan zauber man schaut sich die obersten drei karten seines necks an nimmt eine dieser karten auf die hand legt eine auf und eine untersteck ist was ähnliches wie antizipizieren oder wie das heißt nur dass das eben auch eine karte obendrauf legt dann gedankengang zwei manner ziehe eine karte mit reproduktion reproduktion bedeutet wenn dieser zauber gespielt wird kann man eben für zwei manner noch mal kopieren und noch mal 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 davon haben wir drei eingerollte worte drei manner spontan zauber man neutralisiert einen zauber spruch wenn der bär schon nicht vier bezahlt das ist gut das ist wirklich gut runenwirbel drei manner neutralisiert einen zauber spruch falls der bär schon nicht eins bezahlt ziehe eine karte das ist ziemlich bad das ist ziemlich bad donnerköpfe drei manner reproduktion für drei manner man bringt ein 3-3 spielstein mit flugfähigkeit und verteidiger ins spiel und am ende ist so ist wieder entfernt das ist eine richtig gute blocker karte zwei stück davon sogar wow absauger deutsche namen sind gute namen drei manner reproduktion bringe eine kreatur auf die hand der besitzer zurück ausgelaugt halt die namen vier manner neutralisiert einen nicht blauen zauberspruch eurer wahl auch zwei stück aufhebung modern plakate das wurde modern mal gespielt wird im legacy auch genau gespielt ein blaues manner und x bringt eine bleibende karte manner kosten von x oder weniger zurück auf die hand die genau von x zurück auf die hand und zieht deine karte das ist ziemlich gut ziemlich ziemlich gut schnell feuerwerk zwei manner fügt eine kreatur im spiel einen schaden zu mit reproduktion ok davon mehr ascheregen zwei manner fügt jeder kreatur und jedem spieler einen schaden zu umleiten zwei manner spontan zauber verändere das ziel einer aktivierten fähigkeit deiner wahl die nur ein ziel hat ziehe eine karte gute karte gerade jetzt mit planeswalker richtig nice da ist eine leyline drin ist eine leyline drin leyline der blitze was kannst du also leylines werden zu beginn wenn die auf der start an sind direkt ins spiel gebracht und immer wenn man zauber schluch spielt kann man ein mana bezahlen dann fügt die einem spieler deiner wahl einen schadenspunkt zu cool dass hier eine leyline drin ist gar nicht gewusst und ein elektrolysieren ok die wurde damals überall drin gespielt elektrolysieren oh gott ein rotes ein blaues und ein farbloses sie fügt zwei schaden liebig aufgeteilt an kreaturen und spielern zu und zieht eine karte richtig gute karte ja ich mag ihr seht zwar nicht ganz aber das set weckt ganz ganz viele tiefe erinnerungen mit mir und ich finde es irgendwie lustig dass die karten auf deutsch mittlerweile echt seltsam für mich sind damals habe ich fast nur deutsche karten gespielt und heute mit den englischen karten ich kenne die deutschen wörter teilweise noch nicht mal mehr wenn ihr das video mögt könnt ihr das ja gerne anzeigen indem ihr dem die die hauen daumen hoch gibt ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben was ihr denn so für deutsche namen kennt die ihr richtig witzig findet mein persönlicher favorit ist immer noch das blutbefleckte schlammloch einfach weil es total dämlich ist und ja ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal bis deiner blexet tschat schade 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 schade